Kanntet ihr schon diese 5 Fakten über Edward Weevil? Edward Weevil ist 35 Jahre alt, hat am 10. Dezember Geburtstag und ist 6,80 Meter groß. Edward Weevil ist der einzige Shichibukai, der bisher noch nicht als Kind gezeigt wurde. Genau wie Whitebeard kämpft Weevil mit einem Bicento. Das von Whitebeard gehörte sogar zu den 12 Drachenschwertern, den höchstrangigen Schwertern der Welt. Weevil ist der einzige Samurai, der nicht am Marinefortkrieg teilgenommen hat und dazu der einzige Samurai, der bisher weder Ruffy noch einem der Mitglieder der Schrotpiraten begegnet ist. Sein Leibgericht sind die Kaviar-Onigiri von seiner Mutter Miss Buckingham Stussy.